Servus von der Mehlmüllhalde. Im heutigen Video kann ich endlich zu Reichtum durch Kryptohandel kommen. Obwohl ich gar keine Ahnung von dem Zeugs habe. Aber zum Glück hat mir der liebe Ronny von Krypto.com geschrieben und mir seine volle Unterstützung angeboten. Einfach wunderbar. Zum besseren Verständnis meiner Mehl-Mir-Mal-Müll-Videos und damit ich dich nicht in jedem einzelnen Video mit den Details langweilen muss, schau dir bitte das Making-of-Video dazu an. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Jetzt aber viel Vergnügen mit Krypto Ronny und den Märchen vom schnellen Geld. Übrigens habe ich die originalen Krypto.com angeschrieben bzw. informiert. Mehr dazu später im Video. Verdienen Sie innerhalb von 3 Tagen 260.000 Euro Gewinn mit dem Kryptohandel? Frag mich wie? Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns für ein direktes Gespräch auf WhatsApp bla bla bla. Wieder einer, der kein normales Telefonat führen kann und will. Alle wollen WhatsApp-Nummer. Ich hab ihm dann halt sagen müssen, dass ich selbstverständlich großes Interesse an der Kohle habe, allerdings nicht mit WhatsApp dienen kann. Und als ob ihm das dann ohnehin nichts ausmacht, hat er mir eine ewig lange Mail zu seiner Erfahrung im Kryptohandel geschrieben und dass Gewinne garantiert sind und so weiter und so fort. Sparen wir uns die komplette Mail, hier allerdings mein Lieblingsabsatz. Ich habe mich dann brav für die tolle ausführliche Erklärung bedankt, aber gleichzeitig auch auf das Problem hingegen. Ich habe mir gesagt, dass ich eigentlich gar kein Geld habe, um zu investieren. Aber das hat Ronny gar nicht abgeschreckt, sondern eher motiviert, mir eine weitere sehr lange Mail zu schreiben. Hier ein paar wichtige Aussagen daraus. Wenn Sie 500 Euro investieren, erhalten Sie innerhalb von drei Tagen 6.000 und 20.000 Euro. Investieren Sie 5.000 Euro in den Crypto Go Plan und erhalten Sie 190.000 Euro und einen Bonus von 10 Bitcoin. Der Kryptohandel hilft finanzielle Träume zu verwirklichen und verschiedene Geschäftsziele rund um den Globus zu erreichen. Sie können sehen, wie Ihr Handel läuft und wie Ihr Gewinn damit wächst Deine Augen. Ich bin mir zwar immer noch nicht sicher, ob mein Schwindelgefühl von seinem schiefen Deutsch gekommen ist, aber ich habe ihm zumindest noch antworten können. Mir wird ganz schwindelig bei diesen hohen Beträgen. Nur bin ich leider ein alter Mann und kann mit Begriffen wie Wallet, Krypto und Bitcoin nichts anfangen. Soll ich zu meiner Bank gehen und eine Schulung machen? Damit ich verstehe, welche super Chance ich hier habe. Ich verstehe die Geldsummen, aber nicht das System. Was machen wir weiter? Aber Unsinn. Was soll ich zu meiner Bank gehen, wenn ich doch ohnehin schon in Kontakt mit meinem persönlichen Händler bin? Ich muss doch lediglich seine Vorgehensweise befolgen. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Hier finden Sie die MoneyGram-Informationen für Ihre Einzahlung. Senden Sie uns einen Screenshot Ihrer Zahlungsbestätigung, um Ihren Kryptoinvestitionshandel heute Abend abzuwickeln. Halten Sie mich auf dem Laufenden, sobald Sie mit der Zahlung mit MoneyGram fertig sind und senden Sie uns ein Foto Ihres Zahlungsklips zur Bestätigung, damit wir Ihren Kryptoinvestmenthandel noch heute abwickeln können. Weil Ronny anscheinend schon sehr in Eile war und ganz schnell mein Geld wollte, musste ich ihn erstmal ein bisschen triggern und ging weder auf Jose noch auf MoneyGram ein, sondern stellte die Frage aller Fragen. Übrigens habe ich am Wochenende Formel 1 geschaut und habe gesehen, dass ihr, crypto.com, auch Sponsor seid. Oder ist das eine andere Firma? Kann man über euch vielleicht auch VIP-Karten für ein Rennen bekommen? Und weil das gegenseitige Ignorieren lustig weiterging, wollte ich Ronny doch noch ein paar Aufgaben mehr stellen. Zum Beispiel, dass er nicht auf meine Formel 1-Tickets vergessen soll, dass ich MoneyGram weder habe noch kenne und dass ich auch diesen Jose nicht kenne. Allerdings kam dann wieder nur eine ewig lange und nichtssagende Mail. Dennoch hatte er dann wieder eine tolle Idee, wie wir die Kommunikation vereinfachen könnten. Sir, es ist ziemlich mühsam, lange Gespräche per E-Mail zu führen. Es ist bequemer, solche Gespräche über die WhatsApp-App zu führen. Es ist ganz einfach, Sie müssen nur in den App Store, Play Store auf Ihrem Mobiltelefon gehen und nach WhatsApp suchen, um Sie zu erreichen oder Ihnen dort eine Nachricht zu senden, sofern ich Ihren bei WhatsApp registrierten Kontakt habe. Melden Sie sich so schnell wie möglich bei mir. Wenn Sie möchten, kann ich Sie durch die Angelegenheit führen. Leider ging es dann weiter wie gehabt. Er ignoriert alle meine Fragen und antwortet nur mit Gewinnversprechen und Aufforderungen zum Investieren. Nach einigen solcher Mails hin und her und weil meine Fragen nach Jose, einer Telefonnummer oder Webseite und meine Formel 1 Tickets für Las Vegas konsequent unbeantwortet blieben, habe ich dann doch auf seine Starterpläne eingehen müssen. Einmal 500 Euro und dann wieder 1000 Euro Mindestinvestment? Sofort kam eine kundenfreundliche Antwort. Anscheinend arbeitet Ronny nach dem Motto Frechheit siegt. Denn anstatt irgendetwas zu beantworten, reklamiert er, dass ich bisher noch keine Auskunft gegeben habe, wie viel ich denn investieren möchte und ob ich das dann per Banküberweisung machen kann. Sollte ich nicht investieren wollen, würde er dann halt keine Mail mehr schreiben und zeichnet mit Respekt, Ronny. Ist doch süß, oder? Am Ende hat er mir dann doch noch die unterschiedlichen Starterpläne erklärt. 26k Gewinn nach 24 Stunden bei 500 Euro Investment und sogar 65k Gewinn nach 48 Stunden bei 1000 Euro Investment. Und weil ich meinen neugeborenen Freund nicht wieder verlieren wollte und die Gewinnaussichten unwiderstehlich sind, habe ich Ronny gesagt, dass ich gleich mal einen Tausender raushaue. Allerdings dachte ich, dass es doch am einfachsten, schnellsten und sichersten wäre, wenn ich direkt über die crypto.com Webseite einzahle. Ronny hat das naturgemäß anders gesehen. Ohnehin habe ich Zweifel angemeldet, dass ich mit der Registrierung eines Wallet zurechtkomme, weil ich mich damit ja gar nicht auskenne. Also hat mir Ronny Top Kundensupport angeboten und ich solle dann eben das Geld überweisen und er macht den Rest für mich. Allerdings wurde er nach meiner nächsten Mail etwas hysterisch. Sorry, Ronny. Überweisen kann ich. Aber ich finde auf der Webseite crypto.com keine Bankverbindung. Auch kein Problem, ich habe denen geschrieben und wegen Kontodaten gefragt. Sobald ich Antwort habe, werde ich sofort zu meiner Bank gehen und die Überweisung machen. Dann freue ich mich schon auf die 65k Gewinn. Danke nochmals. Und die Panik beginnt in 3, 2, 1. Sie nehmen bereits Kontakt mit mir auf. Warum kontaktieren Sie einen anderen Agenten per E-Mail zur Zahlung? Ich sende Ihnen die Bankdaten, damit die Zahlung in Ordnung ist. Ich bin Ihr Händler, der 65k Gewinn für Sie erwirtschaftet. Du kannst mir alle Fragen stellen. Kontaktieren Sie niemanden mehr außer mir, okay? Hören Sie auf, crypto.com zu kontaktieren und E-Mails zu senden. Du hättest mich zuerst fragen sollen, bevor du etwas unternimmst. Denn ich bin Ihr Händler, der Sie durch den Crypto-Investment-Prozess führt. Ich bin Ihr Händler, den Sie direkt kontaktieren und an den Sie Geld senden sollten, denn ich bin derjenige, der Ihnen dabei helfen wird, mit dem Kryptohandel einen Gewinn von 65.000 Euro zu erzielen. Zu Ihrer Sicherheit müssen Sie aufhören, E-Mails zu senden und sich für Zahlungsdetails an crypto.com auf der Website zu wenden, damit Sie kein Geld an einen anderen Kryptoagenten senden. Als ob ich einem Freund in den Rücken fallen würde. Er hätte mir dann ja auch gleich die Daten für die Überweisung geschickt, allerdings gab ich ihm meine Überraschung zu erkennen, weil es sich um kein Crypto.com-Konto handelt und ich den angegebenen Herrn Salwinder nicht kenne. Ich war dann auch mit Ronnys Erklärung unzufrieden, dass dieser Schwindler, äh, Entschuldigung, Salwinder die anscheinend sogenannte Crypto-Konto-Verwaltung ist. Also habe ich nach einer Crypto.com-Konto-Nummer verlangt. Und Ronny ist sofort wieder ins alte Muster zurückgefallen. Zwei ewig lange Mails mit Jammern und weinerlichem Betteln und vor allem mit seiner Erkenntnis, dass ich ihm anscheinend nicht oder nicht genug vertraue. Also habe ich die Sache mal klargestellt und eigentlich erwartet, dass er nach dieser meiner Mail die Geschichte abbricht. Natürlich vertraue ich dir nicht. Du verstehst immer noch nicht, wie der Crypto-Investment-Handel funktioniert. Das einzige, was sie tun müssen, ist, wenn sie bereit sind, das Risiko einzugehen und dem Prozess zu vertrauen. Ich versuche nicht, dich davon zu überzeugen, mir zu vertrauen, folge einfach deinem Herzen. Hier können sie ein Video sehen, an dem ich gestern Abend arbeite und ich habe innerhalb von 24 Stunden 56.000 US-Dollar verdient. Wenn ihr diese Pattern lernen möchtet, join our community, work with us, let's grow together, let's learn together, and that's the key in trading, right? Working together and growing together to make a lot of money. So I'll see you guys in the chat. Ich bin Philanthropist und zertifizierter Kryptowährungsexpertenhandel. Ich fordere Sie dringend auf, sich hunderttausende Menschen anzuschließen. Kommen Sie mit mir, während ich Sie auf einer sicheren Weise reise. Mit unseren hochwertigen Kryptomining-Maschinen auf einem strategischen Ebene der Meisterklasse. Du musst versuchen, mir zu vertrauen. Dein Glück ist meine Priorität. Ronny der alte Haudegen hat es doch tatsächlich geschafft mit seinem schier unendlichen Gerede von Vertrauen mir ein schlechtes Gewissen zu machen, weil ich alle Daten und E-Mails an Krypto.com und das FBI geschickt habe. Ob ich das rückgängig machen kann? Jetzt sagen Sie mir, dass Sie meine Bankdaten an das FBI oder Krypto.com weiterleiten möchten, weil Sie mir nicht vertrauen. Glaubst du, ich habe Angst vor einer solchen Aussage von dir? Sie leiten meine Daten an das FBI oder Krypto.com weiter und fordern Sie auf, Ihnen beim Handel mit Kryptowährungen zu helfen. Ich warte auf Ihre Antwort und bettele mich später nicht an, wenn Sie mir bestätigen, dass ich ein echter Kryptohändler bin. Machen Sie weiter und führen Sie Ihre Ermittlungen durch. Nach einer weiteren sehr langen Mail von Ronny, wo ohnehin wieder das gleiche steht wie in allen anderen, dachte ich nach ein paar Tagen, dass ich es so nicht enden lassen will und habe versucht, mit der Bitte um ein 50.000 Euro Darlehen wieder etwas Nestwärme aufkommen zu lassen. Hat aber gar nicht so geklappt, wie ich erhofft hatte. Jetzt bitten Sie mich, Ihnen 50.000 zu schicken, weil Sie finanzielle Probleme haben, nachdem Sie mich dem FBI und Krypto.com gemeldet haben. Vielen Dank, dass Sie meine Zeit verschwendet haben und schreiben Sie mir nie wieder eine E-Mail. Gehen Sie und sagen Sie dem FBI, dass es Ihnen mit 50.000 helfen soll. Damit war es nun wohl an der Zeit, reinen Tisch zu machen. Also habe ich schweren Herzens folgende Abschluss-Mail an meinen lieben Ronny geschickt, bevor ich dann auch noch wirklich an die echte Krypto.com geschrieben habe. Mehr dazu noch am Ende des Videos. Lieber Ronny, Ich muss nicht um Geld betteln, das machst du schon sehr gut. Ich verstehe nicht, warum du mir immer wieder schreibst. Wenn du so erfolgreich bist, warum machst du nicht jedes Monat 100k und sparst dir diese Abzucke? Das wäre mir zu mühsam. Lass mich dir zum Abschluss noch eines sagen. Dein Scam ist schlecht aufgebaut und voll mit Fehler. Die komischen Bankverbindungen Die Yahoo-Email-Adresse Das riecht schon von weitem nach Betrug. Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen, wenn du weiterhin redliche Menschen betrügst. War doch richtig, dass ich alles an Krypto.com und FBI weitergeleitet habe. So kann wenigstens ich ruhig schlafen. Ciao bello! Auch Ronny hat sich dann noch bedankt und verabschiedet. Allerdings hat er ein wenig traurig geklungen, weil das FBI noch nicht vorbeigeschaut hat. Zumindest habe ich die echten Krypto.com in einer E-Mail informiert, allerdings stand zum Zeitpunkt der Videoveröffentlichung eine Antwort aus. Vielleicht interessiert es sie nicht, vielleicht haben sie aber auch zu viele von diesen Betrugsfällen zu bearbeiten. Hast auch du schon schlechte Erfahrungen mit Krypto gemacht? Dann lass uns alle in den Kommentaren gerne daran teilhaben, damit wir andere warnen können. Ansonsten danke ich fürs Zusehen und wünsche dir noch einen schönen Tag und Servus bis zum nächsten Video.